Warum hörst du mir nicht zu? Das ist aufregend. Wir müssen schnell zum Schloss. Und dies ist der Weg. Drachenfriedhof. Wir gehen da entlang, wo anstelle von kleinen Skeletten große liegen. Was werden wir tun, wenn sie lebendig werden? Es ist der schnellste Weg zum Schloss, mein Liebling. Vertraue mir. Ja, gut. Boah, Junge, Alter. 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 Alter, so jetzt. Oh. Ähm, ja, und damit einen wunderschönen guten Tag. Und wir sind wieder zurück zu Let's Play Try in Enchanted Edition. Verpiss dich. Da. Alter, Mann. Das war gerade richtig okay. Ja, geil, das nicht so. Hi. Ja, ähm. Ich hoffe mal. Boah, Junge, Mann. Ich sterb jetzt noch. Alter. Zum Glück weiß ich ja jetzt, wie man was wirft. Jetzt komm schon. So, jetzt. Aber. Ich will das. Da hochwerfen wollte ich eigentlich, aber jetzt umgehe ich's mal. Meine Jüte, äh. Ach du Scheiße. Oh gut, da ist nichts Besonderes. Hi. Ja, äh. Ich hoffe mal, dass das 100 Abonnenten-Special gut angekommen ist bei euch. Und, äh. Nein, ich will nicht noch schnell wieder. So. Ähm. Und, ja. Äh. Äh. Ne? Ja, so anscheinend, laut der Story, müssen wir jetzt zu irgendeinem Schloss. Ich hab nicht ganz zugehört, genau. Ich bin seit drei Milliarden Jahren einfach erkältet. Ich wäre gerne nicht erkältet, aber leider ist es kaum möglich. Ich kann ja nicht kontrollieren, ob ich erkältet bin oder nicht. Wäre zwar cool, aber ich kann's nicht. Ich kann meine Maus mal wieder grad nicht steuern. Jetzt wieder. Hey, wieso denn? Ich will da hoch. Mama. Achso, ich muss da hoch. Arschloch. Geh doch mal weg, du Scheiße, ey. So, jetzt hat er aber. Jetzt gibt's Rache. Für alle. Meine Freunde. Jetzt reicht's mir. Ich kann meine Maus nicht steuern. Junge, was läuft denn schief? Ne, so kann ich nicht klar. Ich muss kurz Maus ausstecken. Kann es sein, dass die Petrovinen leer sind? Ist mir jetzt egal. Ich werd's ja wohl durchhalten. So. Oh. Oh, das war jetzt grad sauknapp, ey. Mal wieder richtig schön am Rumbacken Maus. So, jetzt geht's dir. Jetzt grad wieder nicht. Das liegt aber nicht an der Maus. Das liegt am Spiel. Ja, toll, da stehen zwei Feine vor mir. Ich schieße mit nem Bogen rein und treffe einfach kein... Was war das? Treffe einfach kein... Oh. Ja, toll. Seit wann haben die Soldaten in ein Schild... Oh. Tschüss, 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 tschüss. Dieses scheiß... Schildkerle. Ehh. Oh. Ich... Na, schon wieder... Hey, was läuft denn schief, Mann, ey! So, erstmal ein Bild drauf rumklicken. Was interessant ist, ist, dass ich da einfach drin rumlaufen kann. Oh, schade. Ja, ist schön, wenn alles verpackt ist bei mir. So schön entspannt. Ja, dann würde ich sagen, setze ich mal kurz einen kleinen Kart. Oder? Und behebe diesen Fehler. Also bis gleich. Und da sind wir wieder und anscheinend geht's jetzt. Ich weiß nicht, ob das dauerhaft so ist, aber im Moment geht's und das reicht mir vorerst. Als ob der aus dem Tod noch einen Pfeil abgeschossen hat. So. Der war nicht aus dem Tod. Und das weiß ich. So. Schon einen Schritt weiter. Das hat ja gar voll Sinn gemacht. Ja, nicht schon wieder. So, weil ich der Profi bin, kann ich das machen. Oh, ich kann jetzt das hier machen. Kann ich da komplett rüber? Ja. Ja. Nice. Ja, der Skiller ist am Start, deswegen kann er sowas. Ja, das war knapp. Nein, nein. Ach, du Scheiße. Der begabte Jungen ist am Start. Also ich feier einfach Trine. Die Atmosphäre, die es ausstrahlt, alles. Die Musik passt voll dazu, was so abgeht gerade. Boah, Junge, Mann. Weil ich der Skiller bin, kann ich das alles. Okay, der größte Skiller der Welt. Boah, Junge. Boah, ich bring mich gleich noch um. So. Boah. Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es bestimmt. So, geschafft. So, lala, jetzt aber. Aber ich habe das komplett jetzt schafft, ey. Weil ich ja der Boaz bin. Der Boaz. Äh, großen Gesundheitstrank aufgenommen. Warum ist man wieder so ein richtig hartes Skelett. Und mit hart meine ich Bogenschütze da oben. Also eigentlich nicht, ich meinte nicht den Bogenschützen, sondern ich meinte das so ein Schildkerl. Oh yeah. Der Boaz. Dankeschön. Ja, Mann, Alter. Voll like a... Skiller. Ich hab ja... Kann ja alles machen mit dem Magier. Äh. Ja, geil. Ich dachte, da könnte man sich festhalten. Okay, dann muss ich das Wohl oder Übel noch mal raus. Und fallen lassen. Hey. Voll asozial zu mir. Die blöden Kisten. Okay. Oh, ich brauch den Magier. Ich brauch ihn. So. Entschuldigung. Ja, für Sparta. Oh, ne, ich lass lieber. Das letzte Mal, ich hab für Sparta gesagt, bin ich geschoben. So. Oh. Was, wieso kann das scheiß Skelett da hochrennen? Ich bin in der Wand verpackt. Lebe wohl, Skelett. So. Wisst ihr, Leute, ich hab als erstes den ersten Teil, äh, den zweiten Teil gespielt. Und ich war so fasziniert. Und dann dachte ich mir, gut. Äh. Mach ich halt dann, äh. Auch noch den ersten Teil, also als Let's Play und den zweiten und dritten und vierten und achten und neunten. Nein, es gibt nur drei. Übrigens, was ich vergessen habe, und zwar beim Gewinnspiel. Ich hab ja gesagt, ich werde im, äh, Let's Play, äh, nicht im Let's Play, in Folge, äh, nicht in Folge, Alter, bin ich total behindert jetzt, im, äh, 100-Abonnenten-Special angeben. Wer gewonnen hat. Stattdessen mache ich es jetzt, weil ich es vergessen habe. Äh, ja, Entschuldigung, fürs gerade Schweigen. Ich muss mich viel zu oft entschuldigen, für Schweigen, ich sollte einfach reden. Sonst rede ich immer so viel, also das gibt's gar nicht. Okay, also. Gewonnen hat, äh, wie hieß der jetzt nochmal? Äh, warte, ich schau nach. Äh. Äh, äh, der Kerl namens P-R-I-I- Also, ich, ich nehme nur an, das soll Prison heißen. Nur mit Dummsprache. Also, wurde es geschrieben, Prison. Prison soll mir bitte seine E-Mail-Adresse in die Kommentare schreiben, dann schicke ihm eine E-Mail-Adresse und dann, äh, schicke ich ihm den Code, äh, den Keep von Steam. Und dann, äh, ja, dann kann er schon direkt anfangen zu zocken. Kommt halt drauf an, wann er zocken will. Aber in sich kann er eigentlich direkt anfangen zu zocken. Und das ist ja das Wichtigste. Oh. Ja, das dann war's noch mit dieser Folge. Wir sehen uns dann ein anderes Video. Bis dann, an dir und...